8 Uhr, auf dem Samstagmorgen, bin schon unterwegs. Heute ist perfektes Wetter, also gehe ich noch mal segeln. Oder besser gesagt, überhaupt dieses Jahr das erste Mal segeln. Jetzt holen wir noch schnell was zum Frühstück, ein billigtes Brötchen irgendwo beim Bäcker und dann geht es los nach Penemünde. Bis nachher. Angekommen, in Penemünde, auf dem Boot. Die Segel haben wir auch schon frei gemacht. Jetzt geht es gleich los. Perfektes Wetter, Sonnenschein ohne Ende. Total geil. Ja, eben gerade beim Autofahren ist mir aufgefallen, dass die ganze Familie auf dem Boot ist. Aber nicht auf dem hier, sondern auf drei verschiedenen. Lenn bei meinen Eltern, ich hier bei Ingolf und Steffi ist mit ihren Expedienten aus dem Postel unterwegs mit Apollo-Fahrgast-Schifffahrt. zur Eu hoch. Wir werden auch Richtung Eu. Mal sehen, ob wir sie treffen. Wir werden auch Richtung Eu. Mal sehen, ob wir sie treffen. Wir werden auch Richtung Eu. Mal sehen, ob wir sie treffen. Wir werden auch Richtung Eu. Mal sehen, ob wir sie treffen. Wir werden auch Richtung Eu. Mal sehen, ob wir sie treffen. Vielen Dank.